Eine onkologische Reha ist im Prinzip bei jeder onkologischen Erkrankung sinnvoll. Egal, ob es sich um einen Hirntumor handelt oder einen Tumor im Magen-Darm-Bereich oder der Brust oder der Schilddrüse. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wann eine onkologische Reha durchgeführt werden kann. Einmal als Anschlussheilbehandlung innerhalb von zwei Wochen nach der Krankenhausentlassung oder nach dem Ende einer Strahlentherapie, zum Beispiel beim Brustkrebs, werden die Patienten ambulant bestrahlt und können dann die Anschlussheilbehandlung machen. Und dann ist eine Reha-Maßnahme insgesamt dreimal im Abstand von zwölf Monaten darüber hinaus noch möglich. Das ist dann die klassische Rehabilitation und direkt am Krankenhaus dran ist die Anschlussheilbehandlung. Wir empfehlen in manchen Fällen sogar, eine onkologische Anschlussheilbehandlung zu machen zwischen der Operation und einer geplanten adjuvanten Chemotherapie. Prinzipiell ist eine onkologische Reha nach allen onkologischen Erkrankungen sinnvoll, egal ob es Hirntumorpatienten sind oder Patienten mit Tumoren des Magen-Darm-Trakts oder der Brust- oder der Bauchspeicheldrüse. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Es ist für jeden Patienten, jede Patientin geeignet, um einfach die körperliche Fitness vor allem wieder herzustellen. Wir bieten eine ganzheitliche Behandlung an nach dem sogenannten biopsychosozialen Modell der Weltgesundheitsorganisation. Und da hören Sie schon raus, um was es uns geht, um den ganzen Patienten, den ganzen Patientinnen. Wir machen einmal viel für den Körper, für die körperliche Fitness, Ausdauer, Sport, aber auch koordinative Übungen. Wir denken aber auch an das soziale Umfeld, also wieder Eingliederung ins Berufsleben, soziale Teilhabe bei den Menschen, die nicht mehr erwerbstätig sind. Gerade der Behinderung spielt eine Rolle. Und dann geht es uns natürlich auch um die Psychologie. Eine Krebserkrankung, das wissen wir alle, hat für die meisten Patienten viel mit psychologischen Bedürfnissen zu tun, mit Stress zu tun. Und auch darum wollen wir uns kümmern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017